Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, deinem YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um das Bio-Organics-Hair-Trade-Starship. Viel Spaß! Ein Thema, was jedem, der aktuell versucht, andere Menschen für Raumfahrt zu begeistern, immer um die Ohren gehauen wird, ist Klimaschutz. Ist ja auch ziemlich offensichtlich, dass das, was da aus so einem Raketentriebwerk rauskommt, nicht gut sein kann. Gibt zwar Raketentriebwerke, die nicht direkt CO2 ausstoßen, weil sie mit Wasserstoff laufen, aber grüner Wasserstoff ist aktuell noch nicht wirklich bezahlbar. Aktuell wird Wasserstoff aus fossilen Brennstoffen, meist Methan, gewonnen. Achtung, jetzt seine persönliche Einschätzung, keine Empfehlung. Ich befürchte, dass der Wasserstoff-Aktienboom einen Kleinanleger-Massaker anrichten wird. Denn selbst wenn Wasserstoff gegebenenfalls auch mal für Schwerlastraketen im großen Stil wieder interessant wird, für Autos und LKWs sehe ich da eher schwarz. Wie ist das denn jetzt aber mit dem Starship? Elon Musk spricht von Hunderten bis Tausenden Flügen pro Jahr. Bei einem einzigen Starship-Start werden 3000 Tonnen CO2 freigesetzt. Mal so zum Vergleich, wenn ein A380-800 von New York nach Sydney fliegen würde und dabei seine 250 Tonnen Kerosin verbrennt, entstehen etwa 780 Tonnen CO2. Also vier A380-800-Flüge gegen einen Starship-Start. Man könnte jetzt argumentieren, dass selbst ein paar tausend Starship-Flüge im Vergleich zu den vor Corona fast 50 Millionen Airline-Flügen pro Jahr nicht besonders schwer ins Gewicht fallen. Machen wir aber nicht. Sondern wir klären heute die Frage, ob man das Starship erneuerbar betreiben könnte und was es dafür braucht. Wie immer bei mir findest du Quellen in den eckigen Klammern, wenn du weiter in das Thema einsteigen möchtest. Unter dem Video verlinkt. Vielen Dank INEAS für die Idee zu dem Thema. Oh, Eigenwerbung! Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da. Und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge mehr zum Thema Weltraumtechnik verpassen möchtest, abonnier doch gerne meinen Kanal, denn dann gibt es ja jeden Montag eine neue Technik-Folge von Senkrechtstarter. Naja, und jetzt neuerdings samstags die News. Aber zum Thema der heutigen Folge. Erst einmal muss man ja sagen, dass es eigentlich was Gutes ist, dass die Leute sensibilisiert dafür sind, was Abgas und damit den Klimawandel angeht. Denn das ist schließlich der erste Schritt zu einer Lösung. Definieren, was eigentlich das Problem ist. Technologisch stand heute, wer Raumfahrt betreiben möchte, ist auf Raketen angewiesen. Egal ob ich zum Mond, Mars oder zum Jupiter möchte. Ausgangspunkt ist immer ein niedriger Erdorbit. Und weil die Erde so viel Masse hat, ist es enorm schwierig, aus dem Erdschwerenfeld zu entkommen. Wir haben eigentlich unglaublich Glück, dass wir auf unserem Planeten überhaupt Raumfahrt betreiben können. Wäre die Erde etwas schwerer, wäre Raumfahrt gar nicht möglich. Aber das ist genug Stoff für eine eigene Episode. Weil Raketen die meiste Zeit im Vakuum operieren, gleichzeitig aber viel Schub brauchen, um gegen die Gravitation anzukämpfen, haben wir aktuell nur eine Antriebsart, die das ermöglicht. Chemische Raketenantriebe. Und die nutzen die chemische Energie gebunden in Stoffen, um daraus thermische Energie zu erzeugen, die wir in Bewegungsenergie umwandeln und so unsere Rakete antreiben. Und der Schlamasse, den wir mit dem menschengemachten Klimawandel haben, ist allein darauf zurückzuführen, dass der Mensch relativ einfach an Unmengen von gespeicherter Sonnenenergie gekommen ist. Denn genau das sind fossile Brennstoffe. Organische Verbindungen, die von Pflanzen mit Sonnenlicht aus CO2 und Wasser aufgebaut wurden. Aber das muss ich dir vermutlich nicht erzählen und auch nicht, dass wenn ich fossile Energieträger anzünde, Energie in Form von Wärme frei wird. Mit dieser Energie konnte der Mensch dann Öfen befeuern, Dampfmaschinen betreiben, Elektrizität erzeugen, Autos betreiben oder Menschen zum Mond schicken. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo alle Welt weiß, oder zumindest alle Menschen ohne Aluhut, dass wir uns und dem uns global umgebenden Ökosystem Erde Schaden damit zufügen. Denn wenn wir diese chemisch gebundene Energie durch Verbrennung frei werden lassen, entstehen hauptsächlich die Stoffe CO2 und Wasser. Bei der Falcon 9 von SpaceX ist die chemische Energie verfeinertes Flugbenzin, also Erdöl. Beim Starship ist es Methan, was aus Erdgas gewonnen wird. Müssen wir nicht weiter darüber reden, ist fossil, ist nicht erneuerbar und die dazu nötige Förderindustrie hinterlässt meistens eine riesige Sauerei. Da SpaceX alle Entwicklungen auf das Starship-Programm fokussiert und sobald wie möglich nur noch mit Starships fliegen möchte, konzentrieren wir uns heute mal auf das Starship und seinen Treibstoff, Methan und Sauerstoff. Wenn man ein Kilogramm Methan vollständig verbrennt, entstehen daraus 2,75 Kilogramm CO2. Aber das ist nur der direkte CO2-Ausstoß. Es wird ja noch insofern schlimmer als das im Betankungsprozess und drumherum Methan unverbrannt austritt. Da Methan selbst einen um Faktor 25 höheren Treibhausgaseffekt hat als CO2, können schon kleine Verluste die Bilanz noch viel weiter versauen. Deshalb wichtig, wenn es schon austritt, dann gleich abfackeln. Klingt irgendwie doof, aber ist tatsächlich besser für das Klima als unverbranntes Methan. Bei 1.100 Tonnen Methan, die ein Starship-Start benötigt, kommen wir mit den 2,75 Tonnen CO2 aus einer Tonne Methan auf etwa 3.000 Tonnen CO2. Zum Vergleich, wenn ein A380-800 von New York nach Sydney fliegen würde und dabei seine 250 Tonnen Kerosin verbrennt, entstehen etwa 780 Tonnen CO2. Also vier A380-800-Flüge gegen einen Starship-Start. Okay, so schwarz auf weiß ist scheiße fürs Klima, muss man einfach so sagen. Aber anstatt es einfach sein zu lassen, wäre ja eher die Frage, was müsste man denn tun, um ein Starship regenerativ zu betreiben? Klammern wir mal Energie für Produktion und Betrieb, Wartung aus. Das ist meiner Meinung nach das kleinere Problem. Dafür gibt es Strom aus Erneuerbarem. Der Anteil für Betrieb und Wartung wird ja eh kleiner, wenn das Konzept von SpaceX mit der schnellen Wiederverwendung aufgeht, also keine aufwändige Wartung und Reparatur nötig sind. Nur ein Check-up und weiter geht's. Also gehen wir davon aus, dass der Treibstoff wie vorgerechnet ein großes Problem ist. Besonders, wenn man sehr oft starten möchte. Können wir den Treibstoff regenerativ herstellen? Ja, das können wir. Und hier jetzt ein wichtiger Hinweis. Ich habe hier mit dem Video nicht den heiligen Graal gefunden, sondern wir rechnen gemeinsam nur grob durch, ob es prinzipiell möglich ist, den Treibstoff regenerativ zu gewinnen und wie realistisch das ist. Dass es verfahrenstechnisch nicht bis ins Detail ausformuliert ist und an vielen Stellen noch Verluste hinzukommen, ist uns glaube ich allen klar. Fangen wir mal mit dem Sauerstoff an. Der umgibt uns zwar, aber wie wir in der Pandemie festgestellt haben, ist die Produktion zumindest von klinischem Sauerstoff nicht trivial. Denn die uns umgebende Luft besteht mit 78% überwiegend aus Stickstoff und nur 21% aus Sauerstoff. Sauerstoff kann man auf viele Arten gewinnen. Einer der ältesten und gebräuchlichsten Prozesse, der die Produktion im Industriemaßstab erst ermöglicht hat, ist das Linde-Verfahren. Dabei wird die uns umgebende Luft verflüssigt und kann dann durch die spezifischen Siedepunkte von Stickstoff und Sauerstoff in seine Bestandteile getrennt werden. Mit ähnlichen Verfahren, die Stoffe durch Siedepunkte trennen, kann man auch Erdölraffinerien betreiben oder Schnaps brennen. Für beides möchte ich hier keine Werbung machen. Was brauchen wir für das Linde-Verfahren? Eigentlich nur eine Anlage und Strom. Wie viel Strom das ist, kannst du in diesen Quellen nachlesen. Ansonsten hoffe einfach, dass ich keinen Mist erzähle, wenn ich dir sage, dass man etwa 0,25 Kilowattstunden pro Kilogramm Sauerstoff braucht. Bei den über 3.700 Tonnen Sauerstoff, die wir für jeden Start benötigen, sind das dann aufgerundet rund 1.000 Megawattstunden an elektrischer Energie, die wir benötigen. Solarenergie hat den Vorteil, dass sie quasi unbegrenzt zur Verfügung steht. Und ja, ist nicht so ganz praktisch, wenn es Nacht ist, aber den geschenkten Gaul schaut man ja bekanntlich nicht ins Maul. By the way, war eine super coole Aktion, die Solarindustrie in Deutschland zu killen und lieber Kohle zu subventionieren und dann den Energiekonzernen den Kohleausstieg zu bezahlen. Bei idealen Bedingungen strahlt die Sonne mit rund 1 Kilowatt auf den Quadratmeter Erde. Das ist insbesondere im sonnigen, dem Äquator nahen Texas der Fall. Allerdings gibt es selbst dort ab und an Wolken und nachts scheint die Sonne da auch nicht. Schön, dass es da Zahlen für Texas gibt vom National Renewable Energy Laboratory. Die sagen, der Durchschnittswert für Texas ist 5 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Tag, also 1810 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr. Im großen Stil eingesetzte Photovoltaikanlagen haben Wirkungsgrade von rund 15%. Wir können aus den 1810 Kilowattstunden Strahlungsenvi also so etwa 270 Kilowattstunden bzw. 0,27 Megawattstunden Strom beziehen. Für 1000 Megawattstunden Strom, die wir für den Sauerstoff benötigen, brauchen wir also etwa 3700 Quadratmeter pro Starship-Flug pro Jahr. Das ist etwa die Hälfte eines Standard-Fußballplatzes, also überschaubar. Bei Methan wird es da schon kniffliger, aber auch das ist kein Gehtnicht. Hat dir mein Video bis hierher gefallen, dann nicht vergessen zu liken und wenn du mehr Raumfahrt-Technik-Videos sehen magst, abonniere unbedingt den Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Technik-Folge von Sinkrecht-Date. Ja, und wenn du es genauso wichtig findest wie ich, dass der deutsche Sprachraum sich mal für Raumfahrt begeistert, kannst du meine Arbeit durch eine Patreon-Mitgliedschaft oder YouTube-Kanal-Mitgliedschaft unterstützen. Kommen wir zum Methan, das kommt wie gesagt normalerweise als Erdgas aus der Erde und ist damit nicht erneuerbar, sondern ein sogenannter fossiler Energieträger. Der ein oder andere wird vielleicht nach dem nächsten Chili auch denken, dass er einen Starship-Methan füllen könnte, aber ich denke, es ist nicht zielführend, wenn wir uns alle Schläuche einführen, um für das Starship-Biogas zu produzieren. Wobei ich mir bei den Super-SpaceX-Fans nicht mehr so ganz sicher bin. Okay, schön. Lassen wir das. Aber hey, Biogas. Landwirtschaft ist kein schlechter Ansatz. Wenn du durch Niedersachsen oder Schleswig-Holstein fährst und vermutlich auch sonst durch viele Gegenden der Republik, dann sind dir bestimmt schon Biogasanlagen aufgefallen. Ohne zu sehr auf die Funktion einzugehen, hier wird durch Vergehung mit Hilfe von Mikroorganismen aus pflanzlichen oder tierischen Abfällen Biogas erzeugt. Meistens wird das dann vor Ort zur Stromerzeugung direkt verstromt und aus den Abfällen Dünger hergestellt. Aber theoretisch kann man das Biogas auch ins Erdgasnetz einspeisen oder eben ein Raketentriebwerk damit antreiben. Wenn wir an den Süden von Amerika denken, fallen uns vielleicht Maiskuchen und Popcorn ein. Gehen wir also mal davon aus, dass Mais in Texas gut wächst. Mais ist wohl auch relativ gut, was Ertrag von Biogas pro Fläche angeht. Und im Vergleich zu anderen Getreidesorten braucht Mais relativ wenig Wasser. Monokulturen sind nicht geil, aber fangen wir damit einfach mal an. Zu dem eigentlichen Knüller kommen wir gleich. Wenn wir mal der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft glauben wollen, kann man pro Hektar Mais zwischen 4 und 6 Tonnen Methan in einer Biogasanlage erzeugen. Das ist doch schon mal eine gute Zahl. Das entspricht dann 400 Tonnen Methan pro Quadratkilometer. Ich habe keine Biogasanlage zu Hause und habe die Zahlen nur gelesen. Wenn du bessere Zahlen hast oder dich in der Thematik besser auskennst, dann schreib mir doch gern. Und da sieht man jetzt auch, warum Biogasanlagen einen lausigen Ruf haben, was Flächenverbrauch angeht. So richtig viel Energie bekommt man dann nicht raus. Würde Solar mehr Sinn machen, wenn man Strom erzeugen will. Wenn man natürlich eh landwirtschaftliche Abfälle hat, ist das was anderes. Also bitte bitte nicht extra Flächen für Biogasverstromung nutzen. Dafür ist die Fläche gerade in Deutschland eigentlich viel zu kostbar und Strom kann man anders besser generieren. Aber zurück zum Starship. Wir hatten gesagt, wir brauchen etwa 1.100 Tonnen Methan pro Starship Start. Wenn wir jetzt konservativ die 400 Tonnen pro Quadratkilometer nehmen, kommen wir so auf 2,75 Quadratkilometer Fläche Maisanbau pro Jahr für einen Starship Start. Mo, was ist es denn in Fußballplätzen? 385 Standard-Fußballfelder. Klar, ist nicht wenig, aber ganz ehrlich, ich hätte gedacht, es ist mehr. Das müssen wir natürlich noch verflüssigen und hier bedienen wir uns aus Zahlen der Industrie. Da findet man Zahlen zwischen 450 und 1500 Kilowattstunden pro Tonne LNG. LNG oder LNG steht für Liquified Natural Gas und ist verflüssigtes Erdgas. Und das besteht nun mal hauptsächlich aus Methan. Konservativ nehmen wir den oberen Wert also 1.500 Kilowattstunden pro Tonne an. Mit den 1.100 Tonnen Methan, die einen Starship Start erfordert, kommen wir so auf 1650 Megawattstunden Energiebedarf. Diese Energie holen wir uns auch von der Sonne und mit dem Wert 0,27 Megawattstunden pro Quadratmeter, den wir schon für die Sauerstoffproduktion verwendet haben, werden es nochmal 6111 Quadratmeter Solarfläche extra. Ja, 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 jetzt gehen wir nicht auf den Sack, ist nicht ganz ein Fußballplatz. Das heißt, insgesamt gäbe es einen Flächenbedarf von 3700 Quadratmetern Solarfläche für die Sauerstoffproduktion, 6111 Quadratmeter Solarfläche für die Methanverflüssigung und 2,75 Millionen Quadratmeter Mais für das Biomethan. Wie erwartbar macht die Maisanbaufläche am, Achtung Wortwitz, meisten aus. Insgesamt bräuchten wir also etwa 390 Fußballfelder oder 2,76 Quadratkilometer. Also mit knapp 3 Quadratkilometern können wir jedes Jahr ein Starship starten lassen und damit übrigens 3000 Tonnen CO2 aus der Atmosphäre holen. Denn das CO2, was das Starship ausstößt, haben wir ja vorher mit dem Mais der Atmosphäre entzogen. Ich hatte kurz überlegt, ob Elon Musk mir jetzt 100 Millionen Dollar schuldet. So viel hat Elon Musk im X-Price nämlich ausgelobt für denjenigen, der eine Technologie demonstriert, mit der man einen großen Stil CO2 aus der Atmosphäre entziehen kann. Und mit unserer Methode kannst du gleich noch deinen Starship tanken. Elon, also wenn du das hier siehst, ich nehme auch Dogecoin. Wie ist das mit dem Flächenverbrauch? Ist das jetzt viel? Um das einzuordnen, laut Wikipedia besitzt SpaceX in Boca Chica gerade einmal 170.000 Quadratmeter und hat weitere 230.000 Quadratmeter gepachtet. Also nicht mal ein halber Quadratkilometer. Aber das war jetzt ein Starship. Wie ist das denn, wenn ein Starship mehrmals im Jahr fliegt, wie die Falcon 9 oder sogar mehrmals täglich? Naja, das lässt sich ja einfach rechnen. Für 10 Starts braucht man eine Fläche von 30 Quadratkilometern. Fun fact, Tesla hat sich in Nevada 10.000 Acres für die Gewinnung von Rohstoffen gesichert und 10.000 Acres sind ziemlich genau 40 Quadratkilometer. Aber das sind nur 10 Flüge. Wie sieht es denn bei 1000 Flügen im Jahr aus? 3000 Quadratkilometer, hui, das ist mehr als die Fläche des Saarlandes. Irgendwann wird die Fläche des Saarlandes nochmal SI-Einheit. Ja, und etwa 0,6% von Texas. Das ist schon eine enorme Fläche. Wobei, fun fact, 74% von den fast 700.000 Quadratkilometer von Texas sind ohnehin Farmland. Und ein weiterer fun fact, Deutschland passt zweimal in die Fläche von Texas. Und man muss das Rad auch gar nicht neu erfinden. Wenn wir uns die Zahlen für Biomethanproduktion in den USA ansehen, dann würde die aktuelle Produktion schon mehr als reichen, den Starship-Bedarf an Methan erneuerbar zu decken. Und wenn du jetzt meinst, das kann doch keiner bezahlen, das wollen wir doch erstmal sehen. Mit allem drum und dran kostet die Tonne Flüssigsauerstoff rund 300 US-Dollar. Also 1,1 Millionen US-Dollar brauchen wir für den Sauerstoff für einen Starship-Start. Biomethan kostet laut IRENA am oberen Ende etwa 1300 US-Dollar die Tonne. Also nochmals 1,5 Millionen US-Dollar für das Methan. Das sind Gesamt-Treibstoffkosten von rund 2,6 Millionen US-Dollar pro Start. Haben du und ich nicht übrig für unsere Gasrechnung, aber auf 150 Tonnen Nutzlast bezogen, bedeutet das pro Tonne Nutzlast gerade mal 15.000 Tonnen Treibstoffkosten. Das ist für Raumfahrtverhältnisse spottbillig. Zum Vergleich, SpaceX bietet seinen Falcon 9 Flug für etwa 60 Millionen US-Dollar an. Bei 15 Tonnen Nutzlast sind wir so bei 4 Millionen US-Dollar pro Tonne. Da sind die Treibstoffkosten halt echt Erdnüsschen, wie der Amerikaner zu sagen pflegt. Und warum machen das nämlich alle? Weil Erdgas so super billig ist. Auch wenn der Preis aktuell durch den Weltmarkt höher sein wird – auch dank eines lupenreinen Demokraten – denkt bei den US-Preisen von 150 US-Dollar pro Tonne Erdgas keiner freiwillig darüber nach, fast das Zehnfache für Biomethan zu bezahlen. Aber genau hier sind wir an einem Hauptproblem der Klimakatastrophe. Fossile Energie ist einfach viel zu billig. Ich hoffe sehr, dass es bald vernünftige CO2-Abgaben gibt. Der Markt wird es nämlich sonst mit Sicherheit nicht regeln. Denn auch wenn sehr viele Reiche haufenweise Agrarland- und Meeresblickeigentum verlieren werden, scheinen sie immer noch kein Interesse an einer weltweiten Schadensersatzklage zu haben. Aber jetzt kommt der wirklich coole Aspekt. Ja, ich weiß. Quadratkilometer voll mit Solaranlagen sehen nicht wirklich doll aus, aber die Natur findet sowas richtig gut. Denn unter und zwischen den Anlagen kann man die Natur einfach machen lassen. Solange man die Flora, die sich da entwickelt, regelmäßig etwas zurückschneidet, damit sie nicht über die Paneele wächst, kann man ihr freien Lauf lassen. Blumen über Blumen, bunt gemischt zwischen Licht und Schatten der Paneele, über Quadratkilometer verteilt. Das könnte ein echtes Bienenparadies bilden. Man könnte bestehende, agrarisch genutzte Felder damit umrahmen und Biodiversität sicherstellen. Aber von den drei Quadratkilometer Fläche, die wir pro Starship-Start und Jahr benötigen, um Solarstrom und Biomethan bereitzustellen, fällt der meiste Bedarf ja auf das Biomethan. Wir haben mit Mais gerechnet, der bringt den meisten Ertrag pro Fläche, ist aber eine Monokultur. Wenn man stattdessen einfach Grünland-Erträge nimmt, braucht man lediglich die doppelte Fläche. Ja, das ist viel, aber man muss sich auch im Klaren sein, was das bedeutet. Grünland kann wachsen wie es will, bis auf die Tatsache, dass es regelmäßig abgemäht werden muss. So wären auch hier wieder gigantische Flächen verfügbar, um extrem hohe Biodiversität sicherzustellen. Etwas, das man beim aktuellen Bienensterben dringend braucht, gerade überall dort, wo ansonsten viel Monokultur-Landwirtschaft betrieben wird. Es muss quasi nichts gepflegt werden, keine Pestizide, keine Spezialdünger. Und abmähen vertragen die Pflanzen, das weiß jeder von euch, der gegen Unkräuter in seinem Garten kämpft. Ich sehe die Schlagzeilen schon vor mir, Elon baut auf Fläche groß wie Saarland Gras an. Starship könnte also eine echte Öko-Revolution fördern, wenn man es richtig angeht. Frei wuchernde Pflanzen für die Bienen und Biomethan für die Erforschung unseres Sonnensystems. Und angesichts des niedrigen Treibstoffkostenanteils von Starship kann die Öko-Prämie problemlos kompensiert werden. Ich finde das echt cool. Was denkt ihr? Wie realistisch ist das? Warum macht das SpaceX noch nicht? Schreibt mir gerne unter dem Video. Jajaja, jetzt werft mir nicht in den Kommentaren vor, ich wäre irgendwie naiv. Das waren jetzt Überschlagsrechnungen und wie so oft ist es in der Realität viel komplizierter und es gibt viel mehr Dinge zu beachten. Grundsätzlich ist es aber durchaus möglich, einen Starship erneuerbar zu betreiben. Nächste Woche schauen wir uns den Flug von Matthias Maurer an. Ist ja gar nicht mehr so lange hin, bis der erste Deutsche mit einer SpaceX Crew Dragon Kapsel zu ISS aufbricht. Die Folge heute wäre so nicht möglich gewesen ohne die Hilfe von Dominik. Der hat die richtigen Zahlen recherchiert und hat mit Aeneas zusammen das Skript Korrektur gelesen. Und nicht nur bei der Idee zum Skript, sondern auch beim Ausarbeiten bei Aeneas eine große Hilfe. Falls ihr mehr von Aeneas Analysen sehen wollt, dann müsst ihr ihm unbedingt auf Twitter folgen. Vielen Dank für eure Hilfe, liebes Rechercheteam, Hashtag Team Space. Ganz großes Dankeschön geht natürlich auch an euch, die Community fürs Liken, Kommentieren und Teilen meiner Videos. Besonderer Dank geht an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon-Mitgliedschaft und eine YouTube-Kanal-Mitgliedschaft monetär unterstützen. Ich weiß, ich wiederhole mich hier, aber ich danke euch wirklich sehr und das ist keine hohle Phrase, sondern ihr macht diesen kleinen, aber feinen deutschen Nischenkanal möglich und helft mit, Menschen für die Raumfahrt zu begeistern. Wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Naja und jetzt samstags immer die News. Ich hoffe die Folge heute hat dir gefallen, wenn ja, Like da lassen, genau. Bis nächste Woche, immer schön senkrecht bleiben, dein Mau.